Munition ist immer Zeit Da redet keiner, ok Das fiese ist, man weiß halt auch nicht wie viele Geiseln es sind Wo ist er denn, wo ist er denn Scheiße Gut, machen wir nochmal Hä, wo hat denn der her geschrien Ich muss sehen doch was Dankeschön, echt Na gut, nochmal Ach, diese scheiß Geiseln Kann man das nicht als Kollateralschaden abstempeln Wird doch auch cool Ach da, da muss ich ach, da weiß ich es ja schon Dann wollen wir mal nochmal Ich habe hier aufgepasst, wo die Dinger waren Hier ist keiner, ok Von da bin ich gekommen Ja, Daumenschlaufe Ok, hier ist eine Ja, dann lass mich doch endlich mal gehen Abbrechen kann man das auch nicht Laufen wir erst hier einmal im Kreis Laufen wir erst hier einmal im Kreis Aber hier ist keiner, ok Hier war ich gerade Hier bin ich rausgekommen Gucken wir mal in den Raum rein Oh, hier Ja, toll 5 Minuten können schnell sein Da ist ein Schmuck Ok, you're welcome Noch einen Gerade hier ist noch 5 Minuten Oder irre ich mich da Eine schwere Muni habe ich auch noch nicht Ich glaube ich schaffe es wieder nicht Ich glaube ich schaffe es wieder Ich bin hier 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 Ich dachte Ich dachte, dass wir nie mehr rausgekommen da sind Ok Ich gehe zurück Kondermination complete In 30 Sekunden Ich bin hier Na gut Na gut Ein fischi Kleiner würde hoffen Ah doch, ich habe eine schwere Munition Endboss Time Ein Theraxide Interessant Jetzt verstehe ich auch, warum ich schwere Muni bekommen habe Kommen wir normal Oh ja Aber der hat ehrlich gesagt keine Ahnung Wie ich den treffen muss Der muss erst nachlaufen Ja, lassen wir doch mal ein bisschen regenerieren Alter, warum bin ich auf einmal so angehittet? Und die andere Munition ist einfach weg Finde es mich nicht Boah, was ist los? Ich checke es jetzt gerade echt nicht Hä? 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 Wenn die Dinger kommen, dann darf ich mich nicht bewegen, oder wie? Ja, so sieht es aus Ist über mir Hier stehen bleiben Nichts machen Ich weiß nicht, ob ich einfach draufhauen muss, oder? Ist jetzt weg Ah, er kommt wieder Gleich muss diese Verbindungsstücke treffen Okay, Granatwerfer ist nix Danke, Junge Versteck mich einfach hier Wenn er jetzt über mir ist Ah, cool Jetzt weiß ich es Die Dinger da Ah, gut Ich muss jetzt so ein Bleib-Dauerhafter Okay, da wird es wahrscheinlich nichts ausmachen Energie immer im Blick behalten Sehr schön Er wird langsamer, oder denke ich das nur? Bingo Schwabbelarsch Metallarsch, eher Boom Kein, wie geht's dir, oder so? Sehr schön Das sind halt die Frauen Ist die Geis-Lokate? Ja Okay Canyon del Cobre Unit 4, das ist Finch Ich habe meine Destination Aber es ist kein Zeichen der Aktivität Das Ort sieht sehr schraubend Bleib deine Augen offen, Finch Es gibt noch die Geis-Lokate in der Region Ach, nö Gibt der doch mal einer ein Gewehr, oder so Dann ist die Tosi cool Aber doch nicht so So ist die nicht cool So ist die einfach nur doof Ja, Arschlöcher Komm hoch Ja, Alter Ja, Alter Die hält ja nichts aus Ich bin noch am Motzen heute Warum bin ich heute noch am Motzen? Ich hatte doch einen guten Tag Ich wäre echt glücklich, wenn da jemand mal eine bessere Waffe geben würde Na prima Dieses Test, den kommt Jetzt Gut Gut, 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 gut Das sind die beiden Robos da, oder wie viele es waren Und, komm Nein, 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 nicht sterben Nicht sterben Ich will wieder einen Typ haben Die hat echt einen billigen Ausschnitt Da ist noch einer Jetzt mal kurz regenerieren, Mädchen Was weiß, wir laufen kurz zurück Und holen nochmal Munition Natürlich kannst du auch nicht runterspringen Weil du ein Mädchen bist So, jetzt sind wir leer Ah, Munition Yes Yes Drüben blinkt, ne, blinkt irgendwas Läuft doch gleich mal hin Warum liegt denn da überhaupt Stroh Äh, was ist das für ein scheiß Viech hier Auf mir hüpft irgendwas rum Hm Keine Ahnung Jetzt ist es weg War auf jeden Fall eklig Meine Katze Flöhe Ah, da wäre auch Munition gewesen Oh Gut, aber ich verzeih, wir machen jetzt hier Wir machen jetzt hier heute mal Schluss Weil ich jetzt Hunger habe Und erst mal was essen muss Dann, würde ich sagen, sieht man sich nächstes Mal wieder Bis dann Ciao Ciao